Wie nun sieht Abhängigkeit aus? Um uns das zu vergegenwärtigen, fülle ich diese Tabelle einfach mal mit meinen Verbundhäufigkeiten auf. Was wir hier sehen, ist eine mit den Randhäufigkeiten weiterhin vollständig kompatible Verteilung der Verbundhäufigkeiten in der Tabelle. Machen wir mal ein paar Stichproben. Für die erste Zeile 30 plus 6 ergibt die Randhäufigkeit 36. Für die erste Spalte 30 plus 0 plus 20 plus 0 ergibt die Randhäufigkeit 50. Für die letzte Spalte 6 plus 2 sind 8 plus 1 sind 9 plus 11 sind 20. Für die vorletzte Zeile 20 plus 3 sind 23 plus 1 sind 24. Diese Verteilung von Häufigkeiten, also unsere 120 Personen, die insgesamt an unserem kleinen Experiment teilnehmen, ist eine ganz andere als diejenige, die wir gerade für den Fall der Unabhängigkeit gesehen haben. Warum nennt man das hier nun abhängig? Prüfen wir doch mal, was es bedeutet, wenn uns jemand mitteilt, eine Person in der Stichprobe falle in die erste Kategorie der Variablen y, also y1 gleich Titanic. Teilt uns das etwas über das Geschlecht der Person mit, das wir vorhin im Falle der Unabhängigkeit noch nicht erfahren haben? Na, auf jeden Fall tut es das. Wir wissen über diese Vorinformation, dass diese Person auf keinen Fall weiblich gewesen sein kann. Denn es gibt keine Frauen in der Gruppe der Titanic-Liebhaberinnen. Erstaunlich, man sieht schon, das Datenbeispiel muss ausgedacht sein. Stattdessen würden wir vermuten, dass eine Person, die Titanic mag, in aller Regel männlich ist und dass es eine gewisse Chance dafür gibt, dass sie eine Person mit unklarer Geschlechtsidentität sein könnte. Teilt uns jemand hingegen mit, dass eine Person Star Wars Fan ist, so können wir unmittelbar sagen, dass diese Person eher weiblich sein sollte. Sie ist auf keinen Fall männlich und auch eher nicht eine Person mit unklarer Geschlechtsidentität. Auch eine Vorinformation über eine Person hinsichtlich der variablen Geschlecht sagt uns so einiges über den Film, den diese Person mit auf die einsame Insel nehmen würde. Wüssten wir nämlich, dass wir es mit einer Person unklarer Geschlechtsidentität zu tun hätten, würden wir am ehesten sagen, dass sie The Evil Dead mitnehmen würde. Und er nicht Meet Joe Black, ebenso wenig Star Wars und mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit den Film Titanic. Wenn wir wissen, dass eine Person weiblich ist, dann würden wir am ehesten auf Star Wars tippen, auf keinen Fall auf Titanic und auch eher nicht auf Meet Joe Black oder The Evil Dead. Unklar wäre die Situation bei einem männlichen Teilnehmer an unserer kleinen Untersuchung. Hier würden wir entweder auf Titanic oder auf Meet Joe Black tippen, aber auf keinen Fall auf Star Wars und ebenso auf keinen Fall auf The Evil Dead. Ich würde am Ende dieser Untersuchung als Untersuchungsleiter aber auf jeden Fall vermuten, dass hier oben auf der variablen Geschlecht männlich und weiblich vertauscht ist. Aber ganz unabhängig davon, wir verstehen jetzt, was Abhängigkeit bedeutet. Abhängigkeit bedeutet nämlich, dass uns das Wissen über die Ausprägung auf der Variablen X, die eine Person aufweist, eine ganze Menge sagen kann, über die Ausprägung, die sie auf einer anderen Variablen Y aufweisen könnte. Und genau dasselbe gilt auch in der Gegenrichtung. Geschlecht und präferierter Film hängen in diesem Beispiel zusammen. Wenn wir etwas über den präferierten Film wissen, dann würden wir nicht mehr einfach nur auf Basis der Randhäufigkeiten schätzen, ob eine Person männlich, weiblich oder unklarer Geschlechtsidentität ist. Nein, nein, wir würden sagen, sie ist mit größter Wahrscheinlichkeit männlich. Abhängigkeit bedeutet also, dass wir die Randhäufigkeiten ignorieren können und auf die Verbundhäufigkeiten schauen müssen. Abhängigkeit bedeutet also, dass uns eine Variable dabei hilft, viel mehr über die andere Variable aussagen zu können, als alleine auf Basis der Randhäufigkeiten möglich gewesen wäre. . . Vielen Dank.